hey und willkommen zu einem weiteren video heute machen wir mal etwas ganz besonderes und zwar seht ihr hier schon mensch ärgere dich nicht der ganz normale klassiker und ich würde sagen wir fangen eigentlich direkt an ich heiße hier rasant f es ist so ein kleiner mensch ärgere dich nicht so laut er ist jetzt nichts tolles ich kämpfe gegen micky gegen computergegner er hat schwarz ich habe grün ich bin dran ich heiße rasant f weil irgendwie ich nicht so lange namen haben darf was extrem nervig ist so ich bin dran kann es lauter machen wir setzen erst mal jetzt was ist nicht allzu laut aber jetzt jetzt erst mal die ganzen mensch ärgere dich nicht der absurde klassiker da einfach ne das wisst ihr ne so er hat schwarz micky müssen wir jetzt hier besiegen sollte eigentlich passen wir sind eigentlich schon ganz gut dabei geht es jetzt mal ein bisschen voran wer kommt jetzt hier aber das ist nicht so das problem wie geht es erstmal wir ignorieren das jetzt vielleicht er geht vorbei das ist gut wir können gehen da nicht vorbei wir müssen den hier nehmen wir gehen ja nicht vorbei an ihm und wir hätten schlagen können ja ach das ist das geile aber der wird dann komplett genommen ja ok ok das ist ja geil das wird ja richtig übernommen hier ok das ist ja extrem geil da kriegt man wirklich eine strafe also der der macht halt das also der tut so als wenn man das nicht machen müsste und dann ja dann tut der tut halt so als wenn man das nicht machen müsste das rausschmeißen und dann legt einen rein und ich habe jetzt voll die strafe kassiert ist natürlich nicht allzu optimal also arbeit in ordnung und wir haben gleich einen drin das ist gut und die runden sollten auch schnell gehen muss ein bisschen aufpassen auch ich muss ein bisschen aufpassen ich muss ein bisschen aufpassen so wie geht es eigentlich ganz gut voran müssen hier vorbei es geht gar nicht anders dem müssen wir nehmen wir müssen vom platz das finde ich extrem nervig so also nur von plenzus homis bis zu kassel jetzt sind wir schon mal mit ärgerlich nicht also von von universal spielen da fehlt es uns an nichts wir müssen echt müssen aufpassen dass wir halt nicht so viele strafen kassieren das wird immer den gegner rausschmeißen echt sonst wird das nichts aber wir haben schon einen drin und er nicht also zu dem müssen wir rausschmeißen das ist gut dann haben wir den haben wir das geschafft wir gehen wir den hier die runden sollte eigentlich immer relativ fuchs die wir nehmen mal immer den hier mal nirgendwo das ist gerade passiert bin ich gar nicht durchgestiegen wir können und die nehmen acht er hat beide rausgeschmissen wurde frick hier es macht nicht allzu viel sinn aber es in ordnung das verstehe ich habe nicht ganz was da passiert ist eben aber ich verstehe ich verstehe halt sowieso in dem mann ich also die sagen aber das gefällt mir gar nicht er hat es auch schon einen drin du musst jetzt echt müssen aufpassen hoffentlich gewinnen wir werden ja wohl die erste runde gegen mickey gewinnen ich hoffe mit ihm macht jetzt hier nicht probleme haben gleich die zweite das würde passen oh gott wir können wenigstens machen jetzt wir müssen jetzt hier mit dem einen worauf vorankommen es geht auch relativ zügig ihr seht aber ich mache das ist ja immer relativ zügig hier und das wird man heute immer nicht das wird man da nicht mehr fertig soll man eine rasche runde werden im prinzip aber wir haben gleich den nächsten drin so wir haben es nur ein und er hat alle vier schon fast drin ja 2 49 49 naja wir spielen wieder normal wieder gegen die wir vor denen raus ja auch ein paar fehler gemacht am anfang mit der strafe so diesmal ist ja bis besser spielen also das war war nur ein probespiel jetzt waren wir ernst miki du kleiner schawinski jetzt jetzt wollen wir mal sehen ich muss immer mit dem vorderen was mache ich denn immer für sachen es geht ja so gar nicht so vom platz das würde passen hier neben den hier sehr schön weg damit sehr gut schwierig wir nehmen den hier was war das war nicht ganz einfach über den hier so schauen wir einzeln müssen nicht schmeißen nehmen wir den bisschen überlegen auch ein bisschen aufpassen hier müssen wir hier schmeißen es gibt gar nicht anders das kriegen wir nämlich eine strafe und besser komisch schmeißen als die strafe kriegen das wollen wir denn das will das will ja keiner so wir gehen natürlich nicht weil ich du dich schmeißt mich hier raus ist mir egal kann er nicht gerne machen muss er wenn er will wir gehen hier rein dann sind wir schon mal safe spiele die 1 auch runter und dann schnappen wir uns ihnen von hinten hier ab wobei wir auch den hier nehmen könnte das machen wir jetzt auch direkt er kann 6 würfeln aber macht er nicht geht es erst mal voran mit dem es will das auch nicht so über sich das spiel also das spiel an sich ist ganz gut also spiel sowieso gut aber das hat auch noch ein kleiner simulator man muss ja echt ein bisschen überblick behalten muss man echt sagen aber es sollte jetzt auch die letzte runde sein dann passt das auf jeden fall das soll nicht passen so ich weiß nicht was das jetzt hier wird jetzt bei den vorderen natürlich weiß ich was ich da wieder mache ja wieder falsch egal ist nicht schlimm ich mache meine andere taktik wieder aber die taktik sage ich jetzt eigentlich nicht aber ist auch in ordnung ich hoffe vom sound her und passt alles und schreibt mir in die Kommentare ob ihr öfter wenn es eigentlich nicht sehen wird wie gesagt ich habe heute momentan Ideen ich habe schon Schachsimulator gemacht ich habe schon alle ich habe schon alle möglichen spiele auf diesem kanal gemacht also von 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 strategie spielen bis zum geht nicht mehr wobei ich ja immer finde Mensch ehrlich ist ja nicht immer so richtig viel strategie ist ja eigentlich hier nicht drinne 2 4 6 aber schauen wir einfach mal so wir müssen jetzt hier vorbei warte 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 wir haben doch eine 6 aber wir können den nicht nehmen alles klar ok ich habe verstanden ok jetzt müssen wir den hier auf jeden Fall nehmen können wir nur den nehmen das ist mies den haben wir drin sehr schön jetzt müssen wir noch den einen hier fortbringen sollten wir auch ganz schnell das sollten wir eigentlich gewonnen haben diesmal haben wir den kleinen Micky glaube ich am wickel das soll nicht passen und wir haben gewonnen junge rasant Flummi hat gewonnen sehr schön das ist ne das ist hier so der der ganze Kram ich würde sagen das soll es aber gewesen sein war nur ein kleiner Rundmatch eigentlich nicht wenn es euch gefallen hat dann bewertet dann bewertet den Park und ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten Video und haut rein und tschüss wir kochen auf jeden Fall wir sehen uns beim nächsten Mal